Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und nicht erstrecken. Ich habe heute meinen Pony nach oben gemacht, weil er ist ein bisschen zu lange und es sieht ein bisschen doof aus. Und ich sehe nichts und es ist ein bisschen kritisch. Deswegen dachte ich, okay, ich mache einfach diese Katzenöhrchen dran. Warum nicht? Und wir sind erstmal im Creative Sim, wo man sich so denkt, so hmm, what happened? Und ich wollte euch das Umstyling von Melody zeigen. Deswegen, denn nach 20 Kindern wird man auch irgendwann mal seinen Style ändern. Und ich habe halt dafür gesorgt, dass sie Kleidung trägt, die halt auch gut passt, wenn sie halt schwanger ist. Und ja, das ist die gute Melody und ihre Alltagskleidung. Ich dachte, sie würde halt eher ihre Haare so wieder zusammen haben, wie am Anfang auch. Aber sie hätte ja vorher immer einen Soft getragen, aber ich glaube, sie würde die halt jetzt eher so tragen. Und sie sind jetzt halt komplett schwarz ohne Farbverlauf. Und ja, das Outfit ist auch sehr, sehr schön. Normal auch. Und es passt halt auch gut mit einem Babybauch. Und deswegen dachte ich so, das ist so das Perfekte für sie. Natürlich trägt sie trotzdem ihr Septum und ihre Tunnel. Aber sie trägt nicht mehr so viel Make-up wie sonst. Weil ich glaube, als Mutter hat man einfach nicht mehr so viel Zeit dafür. Ich denke einfach sie. Aber ich glaube, sie hat sich selber auch einfach lieben gelernt, so wie sie halt auch ohne Make-up aussieht. Zur Abendkleidung trägt sie natürlich trotzdem etwas Make-up und sieht auch atemberaubend aus. Ihr Outfit ist wunder, wunderschön. Und ja, es ist einfach perfekt. Und außerdem hat sie jetzt ein wunderschönes Tattoo. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich das jetzt machen lassen hat. Und ja, ich finde, es passt irgendwie zu ihr. Und ich finde, es sieht auch richtig cool an ihr aus. Und ja, ich finde, es spiegelt Melody ziemlich gut wieder. Und sie ist einfach ein wunderschöner Sim. Und ihre Haare sehen auch echt schön aus in dem Outfit. Und ich glaube, sie würde die genauso tragen. Ich habe sehr lange an dem Umstyling gesessen, weil ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie sie was tragen würde. Das ist ihre Sportkleidung. Trägt sie auch ihre Haare einfach nochmal zusammen und hat einfach, ja, sowas hier. Weil sie macht ja auch Sport, wenn sie schwanger ist. Und ich denke, da passt so ein Outfit einfach besser. Ihre Schlafkleidung ist halt auch eher so ein bisschen lockerer wieder. Und sie hat einfach so ein Messie-Bann, weil, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie das einfach zum Schlafen trägt. Da brauchte sie auch offene Haare. Aber ich glaube, das ist so vielleicht auch nochmal ein bisschen besser. Zur Ausgekleidung. Die alte hatten wir ja nie gesehen. Aber die hat jetzt auch nicht mehr so gut zu ihr gepasst, finde ich. Deswegen hatte ich mich jetzt dazu entschieden, dass sie halt sowas trägt. Das passt gut trotzdem mit ihrem Bauch zusammen. Und trotzdem sieht sie einfach unfassbar sexy und wunderschön aus. Und, ja, auch hier trägt sie Make-up. Und sie ist einfach so ein wunderschöner Sim. Ich heule einfach. Dann ihre Badekleidung hat sich nur leicht geändert. Es ist ein bisschen weniger Ausschnitt da. Ich denke einfach, dass das eher zur Zeit zu ihr passt. Weil den Badeanzug hatte sie ja quasi schon, als sie ja quasi noch quasi gerade neu ein erwachsener Sim wurde. Ein junger Erwachsener. Und deswegen denke ich, dass sie jetzt einfach sagt, ich möchte zumindest nicht mehr krass, so so extrem krass freizügig rumlaufen. Deswegen hat sie sich jetzt einfach dafür entschieden. Das ist ihr Heißwetter-Outfit. Und das ist auch sehr, sehr schön und kann man auch sehr, sehr gut tragen mit ihrem Babybauch. Und, ja, es ist einfach sehr, sehr schön. Es ist ein sehr schlichter Look. Aber es ist einfach perfekt für sie. Und auch ihre Winterkleidung hat sich etwas geändert. Denn davor hatte sie ja diesen, diesen krassen Mantel da an. Aber jetzt hat sie einfach so einen normalen Mantel an, weil das passt auch besser mit dem Babybauch. Und darunter hatte sie ja vorher so einen spitzen Oberteil. Aber, ja, ich glaube einfach nicht, dass das so ihr ist. Jetzt hat sie halt so Boots auch. Und, ja, einfach eine Leggings drunter. Und das ist einfach, das kann ich mir halt viel besser bei ihr vorstellen. Und sie ist einfach wunderschön und sie war vorher wunderschön und sie ist immer noch wunderschön. Und ich liebe diesen Sim so, so sehr. Ich hoffe, euch gefällt das Umstyling auch so gut wie mir. Ihr könnt mir auf jeden Fall sagen, ob ihr jetzt mehr Fan von der alten Melodie seid oder von der neuen. Oder ob euch beide vielleicht gleich gefallen. Und das nächste Umstyling ist dann, wenn sie 40 Kinder hat. Aber das dauert natürlich noch eine ganze Weile, ne. Dann begehen wir uns jetzt ins Spiel. Mal gucken, was heute so alles passieren wird. Sie kriegt nur noch 1.995. Aber ich meine, wir haben gerade nicht so die krassesten Geldprobleme. Deswegen ist das schon okay, wenn sie erstmal halt das nur so bekommt. Übrigens, es ist so verdammt kalt. Wundert euch nicht, dass ich hier dieses fette Dings anhabe. Ich schwöre, es ist so kalt. Ich hasse es, wenn es so kalt ist. Ich will wieder Sommer haben, Mann. Ich glaube, wenn das hochgeladen wird, ist es sogar 25 Grad oder so. Deswegen ist es da wieder ein bisschen wärmer. Trotzdem denke ich mir so, ich möchte nicht, dass es Herbst oder Winter blüht. Kann es bitte einfach das Leben langsamer bleiben? Mein Gott, ey, das funktioniert das hier so nicht. Hazel sagt Hallo. Das ist süß, dass sie so vorbeikommt. Und so sagt sie, hi, girl. I missed you, Mama. Ich finde es schön, wie immer alle einfach nur rumdancen hier so. Wenn sie nichts anderes zu tun haben in ihrem Leben. Warum auch nicht, ne? Oh, jetzt kann sie nicht mehr trainieren, wenn sie schwanger ist. Wow. Das war einfach wahrscheinlich nur ein Glitch. Schade. Ich hoffe so sehr, dass heute Kinder irgendwie eine Stufe älter werden. Oder zumindest eine Note höher. Dass sie so oft, also weil manche sind ja Dreier, dass sie dann auf Zweier Schüler werden könnten. Das wäre schon top. Und ich hoffe so sehr, dass David endlich mal Teenager wird. Ich meine, er ist seit so Ewigkeiten gefühlt schon ein Kind. So langsam reicht es auch einfach. Sie kümmert sich jetzt fleißig um die Kinder. Weil die lernen ja, glaube ich, dann schneller, wenn sie mit den Erwachsenen zusammenarbeiten. Deswegen, vielleicht ist das gar nicht mal so bad. Ah, sie ist krank. Das ist nicht so gut. Dann muss sie erstmal was kaufen an Medizin. Während sie krank ist vor allem, muss sie jetzt nicht, äh, wenn sie schwanger ist, muss sie nicht krank sein. So, you know? Weil es ist gefährlich fürs Kind. Es ist zwar in Sims nicht so, aber es muss halt einfach nicht sein. Rechnung für uns 6000, Alter. Oh, wie viele Geschenke? Okay. Ich glaube, die Rechnung haben uns nicht so viel ausgemacht. Oh, es gibt Schulprojekte und gute Noten. Jawollo. Und David ist finally ein Einser Schüler. Ich bin so ein glücklicher Mensch. Und die beiden sind Zweierschüler. Das ist super. Ihr kommt alle dem Ziel näher. Jawollo. Jawoll. Es ist endlich dein Geburtstag. Schaffst du es? Jawoll. So. Und du bist ein geselliger Sim. Okay, die drei. Und nochmal die drei. Also das hier. Oh mein Gott. Wir müssen dich auf jeden Fall in den Greatest Sim packen. That's not okay. Du hast die selbe Frisur wie deine Mutter. Das funktioniert nicht. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Musik. Musik. Seine Körperform ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, aber, äh, ja, mehr soll ich dazu nicht. Oh, die Wehen haben eingesetzt, damit habe ich jetzt so absolut gar nicht gerechnet. Äh, ups. Hallöchen. Wir sind nicht zum ersten Mal hier. Oh, das ist ein neuer Typ, ne? Warum ist Nobuya jetzt ein, äh, Assistent? Das war unser Arzt, hä? Okay, ihr Schirm ist erstmal dead inside. Bei Gewitter entbinden, auch geil, auf jeden Fall. Wer braucht schon sich umziehen, wenn man auch so halt ein Kind gebären kann? I mean, hä, warum ist sie jetzt blond? Stopp, und sie hat ihr Make-up wieder. She's not the blonde bitch. Ein Mädchen, juhu. Wir sind bei M, und ich nenne sie Merle. Auf der Blonde, die natürlich auch steht, ne? Also, so ist es nicht, aber... Schwarz ist schon nochmal besser, finde ich, persönlich jetzt. What the fuck? Warum stehen hier alle Leute? Was ist das? Hallo? Feuer? Oh, nein. Oh, nein, 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 nein, ne, nein, nein, nein. Lösch die Scheiße. Lössch das Feuer. Wieso können wir das nicht löschen? Warum können wir das Feuer nicht löschen? Warum kann ich das nicht löschen? Hör auf. Weil es in der Luft ist? Warum ist das in der Luft? Weiß nicht, was da lag, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass da eine Pflanze stand, aber... War ja klar, dass das irgendwann passieren muss, oder? Erstmal trainieren gehen, oder? Am nächsten Morgen, nachdem es gebrannt hat. Juhu. Ich hätte tatsächlich sehr große Lust, mit ihr mal ein Kind zu machen. Mit jemandem, der übernatürlich ist. Deswegen, jetzt ist halt die Frage, wen nimmt man da, ne? Also ich weiß, dass dieser eine Typ aus Sulani eine Meerjungfrau ist. Wir könnten es halt mit dem mal versuchen, ne? Also wir können ihn ja schon mal kennenlernen, so. Weil wir haben gerade eh ein volles Haus. Aber man kann ihn ja schon mal kennenlernen. Und kann man ihn ja direkt einladen. Quasi. Wenn man halt dann wieder free ist. Deswegen reisen wir jetzt. Ich glaube, es müsste der hier sein. Wir gucken einfach mal. Ich hoffe, der ist zu Hause. Sie zieht sich erstmal ihren Badeanzug an. Würde ich auch machen an ihrer Stelle. Sieht aber tatsächlich nicht so aus, als ob er da wäre. Sie braucht eine Freundschaft fürs Leben. Hm. Da kriegen wir aber auf jeden Fall hier nur Level 10 der Chaos-Mann-Fähigkeit. Weil sie hat gerade ihr Bestreben abgeschlossen. Uh. Und sie hat 6700 Punkte. Das heißt, wir können mal gucken, was wir ihr denn so geben können. Also gute Küsserin ist auf jeden Fall drin. So. Und sie ist auf jeden Fall auch schamlos. Und wir nehmen kostenlose Dienste. Ah, cool. Der interessanteste Sim der Welt. Cool. Dann gehe ich halt einfach zu dieser Bar hin. Mal gucken. Vielleicht ist da ja jemand. Vielleicht ist er ja da. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der für einen Job hat. Vielleicht arbeitet er auch einfach gerade. Sonst alternativ könnte man natürlich auch einfach sagen, so jemand wie Kelle Vator oder so. Dann wäre es halt ein Vampirkind. Aber ich hätte tatsächlich sehr, sehr viel Bock auf eine Meerjungfrau. Oh, da ist er. Er müsste eine Meerjungfrau sein. Also beziehungsweise ein Meermann. Klappt auf jeden Fall gerade ganz gut. Das ist sehr, sehr schön. Ich will mir... Kann man das nicht in MCC nachgucken? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ey, ich könnte ihn einfach mal als BFF machen. Wie wäre es? Der Kurs funktioniert. Oh, yes. Wir können ja einfach mal mit ihm zu diesem Wasserfall reisen. Genau. Und dann könnten die ja Dinge tun. Wie wäre es? Weil ich meine, sie kann auch kein Kind kriegen so. Aber einfach um deren Verhältnis da einfach schon mal höher zu machen. Er ist beschäftigt. Dann geht sie einfach zu einem Strand und sonnt sich eine Weile. Wie wäre es? Wenn wir schon mal hier sind, kann sie sich auch sonnen. Äh, sie kann in aktuellem Outfit sich sonnen. Sie stinkt einfach. Wow. Okay, die sind von der Schule zurück. Ist da irgendwas geschehen? Nö. Aber schon okay. Ist sie verbrannt oder ist es noch okay? Ach, sie hat einen Sonnenbrand. Verdammt. Das war nicht, was sie wollte. Aber naja, Dinge passieren, denke ich mal. Ja, dann geh nach Hause. Aber Sulani ist so schön, ne? Dann beende ich hier. Ich spiele den Tag am besten noch zu Ende, weil es wird heute nicht mehr so viel passieren. Und dann, ja, werden wir dann wieder am nächsten Morgen beginnen. Und ja. Sagt mir, ob ihr die Melodie wunderschön findet oder nicht. Aber sie ist wunderschön, okay. Ihr könnt keine andere Meinung haben. Wir sehen uns das nächste Mal bei einem neuen Video. Bis dahin und Tschüss. Tschüss.